Willkommen bei Brilliant Tools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Der 15-teilige Keilriemen- und Spannrollenschlüsselsatz hier ist ideal für eben besagte Spannrollen und auch Umlenkrollen. Und was im Satz enthalten ist, schauen wir uns jetzt an. Die Wechselköpfe sind in folgenden Größen im Satz enthalten und zwar als Zwölfkant 12 mm, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Zudem sind fünf Torxgrößen im Satz enthalten und zwar E10, E12, E14, E16 und E18. Montiert werden die Köpfe ganz einfach auf dem Werkzeug und zwar durch Aufstecken. Der rastet dann ein, der Kopf, und ist dann unlösbar mit dem Griff verbunden. Um ihn wieder loszubekommen, ist dieses kleine Werkzeug enthalten, einfach um den Sicherungspin herunterzudrücken, um dann das Werkzeug wieder zu trennen. Er GIRLFPE Untertitelung des ZDF, 2020